Hallo und willkommen zu einem neuen Ocugen Update. Haben einige von euch nochmal angefragt und wir wollen mal hier schauen, ob sich irgendwas verändert hat. Bei diesem Chart ist es ja so, dass wir zwei Unterstützungszonen haben. Die obere und die untere, ganz simpel, also wenn die obere bricht, dann können wir immer noch schauen, ob er hier in der unteren Supportzone eben dann entsprechend eine Wende vollziehen kann nach oben. Das ist aber nicht so ideal, also wenn er hier runterläuft in den Bereich vielleicht zwischen 68 und 50 Cent, dann wäre es gelaufen ohne klare fünfteilige Aufwärtsstruktur. Aktuell beobachte ich, ob er es hier schafft, eine seitwärts Dreiecksstruktur auszubauen. Also lasst uns mal über die verschiedenen Strukturen sprechen. Die wir hier auf dem Chart haben. Es ist so, dass wir leider, leider nur drei Wellen nach oben identifizieren können in das März hoch. Das heißt, ihr habt hier ja Unterstrukturen, die dreiteilig sind. Das heißt, es kann nur eine Diagonalbewegung sein. Wir haben drei Wellen in der Welle 1. Dann hatten wir hier die Welle 2. Dann haben wir hier die Welle 3. Und das hier wäre halt jetzt entsprechend die Welle 4. Da hatten wir früher schon überlegt, ob die 4 vielleicht schon hier fertig war. Aber es wäre halt auch eine schwache 4 gewesen. War sie vielleicht hier fertig? Auch noch nicht, weil er noch nicht nach oben ausgebrochen ist. Das heißt, er braucht vielleicht noch einen Anlauf. Und das führt dann eben zu diesen Dreiecksstrukturen. Das kann sich auch noch etwas wandeln. Ja, also diese Welle 4 Strukturen, die wandeln sich sehr gerne. Da gibt es verschiedene Elliott Wave Strukturen. Es gibt über zwölf verschiedene Korrekturmuster, die sich halt ausspielen können. Und da jetzt genau zu sagen, welches es ist, ist eigentlich unmöglich. Es geht eigentlich nur darum zu verstehen, was sind die relevanten Support Bereiche. Und man muss schon sagen, natürlich, wenn das hier eine Diagonalbewegung nach oben ist, dann sollte er normalerweise das 50er Retracement auch nicht unterschreiten. Aber wir normalerweise sagen, weil bei einem Diagonal theoretisch könnte er auch noch ein bisschen tiefer. Das 61,8er Retracement. Es wäre halt dann, wenn wir uns die Proportionen anschauen zwischen der Welle 2 und der Welle 4, selbst wenn der jetzt hier noch weiter nach unten laufen würde, dann wäre das schon arg tief für so eine Welle 4. Und auch arg, ja, was die Proportionen angeht, sähe es ein bisschen komisch aus. Trotzdem, technisch gesehen, könnte es eine Welle 4 in einem Diagonal sein, immer noch, wenn er unter das 1,02 Niveau fällt. Er müsste dann halt die 85,6 Cent halten. Aber ich würde dann schon eigentlich nicht mehr davon ausgehen, dass es noch eine Welle 4 ist, sondern würde schon meinen Blick auf die untere Unterstützung werfen, zwischen 50 und 68 Cent. Man muss aber sagen, ganz klar, unter den 50 Cent ist hier nichts mehr, was irgendwie bullish sein könnte. Schon jetzt, wenn er eben unter die 1,02 Dollar brechen würde, würde das von Schwäche, also würde er halt uns Schwäche anzeigen, dadurch, dass er halt nicht geschafft, es es nicht geschafft hat, eine fünfteilige Aufwärtsbewegung auszubauen. Im Idealfall würden wir halt jetzt nach oben ausbrechen. Das wäre halt die schönste Struktur für mich. Dann würden wir nämlich sagen, wir haben eine Welle 4 als Dreieck abgeschlossen. Diese Dreiecke sind aber einfach unzuverlässig. Die brechen sehr oft auch in die andere Richtung. Und bei Dreiecken bin ich immer extrem vorsichtig. Deswegen sagt man immer, normalerweise bei einem Dreieck hat man eigentlich immer erst die Beweise, nachdem wir das Hoch der Welle B rausgenommen haben. Dann liegen wir bei 2,06 Dollar und dann sollten wir in der Welle 5 hier nochmal Richtung 3,40 Dollar starten. Dann hätten wir wirklich eine schöne fünfteilige Struktur. Jetzt haben wir aber die Invalidierung des Dreiecks, wenn es läuft, also wenn der Preis unter die 1,12 Dollar läuft, dann könnte es halt immer noch eine Welle 4 sein, hat er irgendeine andere Struktur. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich will euch nur erklären, dass aktuell hier die Interpretation eines Dreiecks durchaus valide ist, wird aber dann eben invalidiert unter 1,12 Dollar. Dann kann es halt immer noch irgendwie eine WXY sein, aber unter 1,02 Dollar wird das dann auch weniger wahrscheinlich. Und darunter würde ich halt sagen, okay, er hat es nicht geschafft, einen Fünfteiler auszubauen. Es könnte trotzdem sein, dass die Welle 1 hier irgendwo fertig war. Dann entweder mit einer Trunkation, das ist nicht ideal. Was heißt das? Das heißt, dass er es nicht gepackt hat, eine fünfteilige Aufwärtsbewegung auszubauen. Oder die Welle 1 als Dreiteiler und das wäre eben in einem großen Diagonal nach oben laufen. Das wäre noch verrückter, aber alles valide. Das sind aber halt Strukturen, denen man nicht vertrauen kann. Das heißt, das muss sich dann ja im Risikomanagement widerspiegeln. Entweder durch kleinere Positionen, ja wahrscheinlich durch kleinere Positionen. Also wenn man da einsteigen will, muss man das halt entsprechend anpassen. Das ist natürlich, jetzt haben wir ja noch nicht mal 5 Wellen. Deswegen sage ich es immer wieder, wenn wir 5 Wellen drauf haben, 3 Wellen runter, haben wir die klarsten Parameter. Aber wir sind ja vielleicht noch auf dem Weg, diese fünfteilige Aufwärtsstruktur auszubauen. Ein Hoch wäre noch schön. Und wie gesagt, dafür bräuchten wir im ersten Schritt einen Bruch über dieses D-Welle hoch bei 1,98. Im nächsten Schritt einen Bruch über die 2,07, 2,08 hier dieses B-Welle hoch. Und dann haben wir hier oben die nächste Zone, die wir beobachten können. Die 2,24 sind technisch gesehen ein mögliches Ziel für die fünfte Welle, aber wäre sehr schwach. Ich würde schon bevorzugen, wenn wir dann wenigstens Richtung 3,43 laufen. Das heißt, aktuell wäre es eigentlich in meinen Augen attraktiv. Was heißt attraktiv? Also man kann dieses Dreieck handeln, aber das ist natürlich, das ist jetzt nichts für die breite Masse. Die besten Pullbacks, also die besten Setups sind natürlich nach einer fünfteiligen Aufwärtsstruktur. Das heißt, die haben wir ja noch gar nicht. Man könnte aber natürlich das 50 Cent Niveau nutzen, wenn er jetzt noch ein bisschen tiefer läuft, um dann sein Risiko zu bemessen, weil unter den 50 Cent, wie gesagt, da haben wir nichts klar Bullisches mehr. Auch jetzt ist es halt zweifelhaft, die bullische Analyse, solange wir keine fünffällige Aufwärtsstruktur haben. Aber die Analyse gibt uns ganz klare Parameter, die uns halt erlauben zu identifizieren, wo wird denn die Entwicklung einer solchen fünfteiligen Bewegung weniger wahrscheinlich. Also, es hat sich eigentlich nicht viel getan hier. Wir sind nach wie vor in einer Seitwärtskonsolidierung, die unsere Geduld testet. Aber wir sehen hier die Entwicklung von tieferen Hochpunkten und höheren Tiefpunkten. Also, von einer Dreiecksperspektive kann man sagen, oder bei einer Dreiecksperspektive kann man sagen, dass wenn die Welle 4 das Dreieck ist, dann wäre das jetzt die letzte Bewegung nach unten, die er braucht, um dann nach oben zu laufen. Immer vorsichtig, auch eine B-Welle kann ein Dreieck sein. Das wäre dann halt noch ein weiteres, tieferes Hoch und dann kann er nach unten laufen. Deswegen muss man bei so einem Breakout, eben wenn man Breakouts handelt, auf den Breakout auch warten. Oder man sagt, jo, ich skaliere halt rein in den unteren Bereich, jetzt dieses Dreiecks, ja, mit klarem Stopp. Und würde dann eben die fünfte Welle nach oben handeln wollen, wenn man das machen will. Aber die meisten Leute verlieren Geld in vierten Wellen. Das ist halt so, gerade weil sie halt gerne mal Fakeouts uns zeigen und so weiter. Deswegen ist das Beste halt immer so eine dritte Welle nach oben. Und die kann kommen, nachdem die Welle 2 fertig ist. Entweder halt, dass wir jetzt direkt die Welle 2 machen, wäre dann halt nicht so schön. Oder nach einer weiteren Bewegung nach oben in Welle 5, der 1, dann die Welle 2. Das wäre im Endeffekt eine klarere Struktur. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen zu Ocugen. Wenn dem so ist, bitte ein Like da lassen, Abo und einen Kommentar. Schaut doch gerne mal bei Patreon vorbei, dass unser Aktienpaket auch tägliche Updates zum S&P 500 sind da enthalten. Allerdings nur in englischer Sprache, das ist nicht für jeden was. Ansonsten habt einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.